So, damit herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Preistheorie. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, eine weitere Aufgabe und zwar die letzte Aufgabe im Zuge der Auktionstheorie, die wir hier bearbeiten werden. Wir beschäftigen uns ein weiteres Mal mit der Höchstpreis- und der Zweitpreis-Auktion, die Höchstpreis-Auktion, auch bekannt als Erstpreis-Auktion. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir hier uns nicht einen Fall bzw. eine Aufgabenstellung mit zwei Bietern anschauen, sondern mit drei Bietern. Wie sieht dann die Biet-Funktion aus? Und zwar wäre sie dann nicht mehr linear. Schauen wir uns die Aufgabenstellung einmal an. Und zwar in einer Auktion wird zwischen drei Bietern mit der Wertschätzung 3000, 4000, 8000 eine Kamera versteigert. Drei Bieter A, B und C. Dabei sind die Wertschätzung der Teilnehmer im Intervall 1000 bis 10.000 gleich verteilt. Der Auktionator ist sich über die Auktionsform unschlüssig. Sehr wahrscheinlich sollen wir das entscheiden, für welche Auktionsform wir uns entscheiden. Die Höchstpreis- bzw. Erstpreis-Auktion oder die Zweitpreis-Auktion. Ich habe das jetzt hier einfach in der Aufgabenstellung auch offen gelassen, weil ich eben euch beide Auktionsformen nochmal näher bringen wollte mit drei Bietern. So, gesucht. Erstmal die lineare Biet-Funktion. Ich werde jetzt hier gleich alle Biet-Funktionen nochmal aufführen, die wir in den letzten Videos kennengelernt haben. Dann die Höchstpreis-Auktion bzw. Erstpreis-Auktion mit den Geboten der jeweiligen Bieter-Teilnehmer. Und dann eben die Zweitpreis-Auktion. Das geht ja noch relativ flott. Natürlich das Ganze wieder mit einer Skizze würde ich auf jeden Fall hier auch zu raten. Dann würde ich sagen, notieren wir erstmal die linearen Biet-Funktionen, die wir kennengelernt haben. Allgemein kann man wie folgt die Biet-Funktionen formulieren. Eine lineare Biet-Funktion, ganz, ganz wichtig, linear. Und zwar B für die Biet-Funktion des jeweiligen Bieters, I. Dann in Abhängigkeit der Wertschätzung des jeweiligen Bieters. Und dann eben haben wir einen Faktor A oder Alpha oder Beta, wie ihr es auch mal nennen wollt. Spielt keine Rolle. Ihr habt eben einen Faktor, der jetzt hier nicht weiter benannt ist. Multipliziert dann mit der Wertschätzung des jeweiligen Bieters. Punkt. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine lineare Biet-Funktion. Die würde ich mal auf jeden Fall auf dem Karteikettchen packen. Das sind so Basics, die sollten wir auf jeden Fall drauf haben. Ja, und dann haben wir folgende Biet-Funktion kennengelernt. Beziehungsweise wir haben den Faktor identifiziert und zwar VI durch 2 oder man könnte auch ein Halb, das wäre in einer Faktor, multipliziert mit VI. Das ist dann die lineare Biet-Funktion, die wir auf der linken Seite auch finden. So, das haben wir kennengelernt. Dann habe ich ein bisschen das umgemodelt. Zwecks des Intervalls. Habe also folgende genommen. BI VI gleich und dann eben X plus VI durch 2. Das hat ja was mit dem Intervall zu tun, ob wir bei 0 starten oder ob wir bei einem Wert größer als 0 starten. Hier ist es auch der Fall, größer als 0, das werden wir auch gleich berücksichtigen. Haben wir auch kennengelernt, könnt ihr gerne nochmal in den Videos anschauen. Dann hatten wir noch eine Biet-Funktion, auf die stoßen wir auch heute noch einmal. Und zwar BI VI gleich VI. So, wäre wahrscheinlich die einfachste. Das hier sind lineare Biet-Funktionen der Erstpreis-Auktion bzw. Höchstpreis-Auktion und Zweitpreis-Auktion. Die englische und holländische Auktion, da haben wir uns ja so eine Skizze erstellt und haben gesagt, okay, bei der englischen wird bei einem Startpreis in kleinsten Schritten dann geboten. Die Bieter überbieten sich und bei der holländischen Auktion Startpreis wird oben angesetzt und wir bieten dann nach unten nur der Auktionator, der Verkäufer, setzt dann die Gebote und die Bieter müssen dann das jeweilige Gebot annehmen oder nicht annehmen. Und sobald das Gebot angenommen wird, ist dann auch schon die Auktion beendet mit einem einzigen Gebot. Aber wir haben hierzu einige Aufgaben gelöst. Ich weiß, das sind relativ einfache Aufgaben, weil wir haben einige vereinfachte Annahmen in unseren Aufgabenstellungen getätigt. Die haben wir auch nochmal als Video in der Preis-Theorie hochgeladen und haben wir hier ausschließlich mit sehr einfachen, simplen, linearen Funktionen gearbeitet. Ja, und ja, werdet ihr auf jeden Fall merken, dass die Aufgabenstellungen jetzt nicht allzu schwer sind. Wir starten mit unserer Aufgabenstellung und zwar Höchstpreis-Auktion. Wir erstellen uns als erstes eine Skizze mit den Wertschätzungen und dem Intervall. Wir haben 3.000, 4.000 und 8.000 als Wertschätzung. Beim Intervall von 1.000 bis 10.000. Also irgendwo hier in diesem Intervall befinden sie unsere Gebote beziehungsweise unser Preis, der am Ende für das Gut, in diesem Fall für die Kamera, bezahlt wird. Also haben wir hier erstmal 1.000. Dann hier einmal die 10.000. So, dann einmal die Wertschätzung. Das ist eine Skizze, dafür bekommen wir in der Regel dann auch keine Punkte. Von daher kürzt es jetzt hier ab und Maßstab interessiert mich jetzt weniger. Wird jetzt nicht Maßstabgetreu sein. Es sollen einfach nur Abstände zwischen den Bietern hier dargestellt werden. Die 3.000, 4.000 und die 8.000. So, ist eine einfache Skizze, soll ausreichen. Wir brauchen jetzt für die Höchstpreis-Auktion mit mehr als 2 Bietern folgende Bietfunktion. So, BI in Abhängigkeit zu VI. Da ändert sich nichts dran. Und dann einmal Klammer auf und zwar 1 minus 1 durch n oder klein n mal eben VI. Das ist die Bietfunktion, mit der wir arbeiten und wir merken, wenn wir jetzt die Bieteranzahl erhöhen, haben wir hier nicht mehr diese Bietfunktion mit dem Faktor mal die Wertschätzung, sondern das Gebot ist abhängig von der Anzahl der Bieter. Und da hatte ich euch in den letzten Videos ja gesagt, für den Bieter ist es besser, je weniger an der Auktion teilnehmen, je weniger Bieter an der Auktion teilnehmen. Für den Auktionator bzw. den Verkäufer ist es besser, je mehr Bieter teilnehmen, weil dann ein höherer Wettbewerb entsteht im Markt. So, und ja, gerade bei der englischen Auktion beispielsweise würde sie so lange überboten werden, bis eben keine Gebote mehr kommen. Die Bieter konkurrieren um das jeweilige Gut. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Fernsehbericht oder Zeitungsartikel. Hier müssen wir jetzt gleich noch berücksichtigen, dass wir einen Intervall haben, das bei 1000 beginnt. Wenn wir einen Intervall bei 0 hätten, dann könnten wir direkt diese Bietfunktion anwenden. Denn bei der Höchstpreis-Auktion mit zwei Bietern hatten wir ja auch das Problem, dass wir hier noch einmal eine Intervallgrenze hatten, wo gestartet wurde. Und diese mussten wir dann auch nochmal durch zwei dividieren. Hier ist es so, dass wir die Intervallgrenze von 1000 abziehen von der Wertschätzung, dann den Betrag hier einsetzen für VI mit der Anzahl der Bieter und das Ergebnis nochmal plus die Intervallgrenze dann wieder. Also wir packen das dann wieder am Ende drauf, zeige ich euch jetzt. Also wir haben folgendes, wir haben drei Bieter, Bieter A, B und C. Das reicht auch komplett aus in Abhängigkeit der Wertschätzung. Nur, dass wir jetzt erstmal die 3000 abzüglich die 1000, das ist die Intervallgrenze. Dann haben wir 4000 abzüglich die 1000, Intervallgrenze, ganz wichtig. Das könnte ja auch unser X wieder sein. Ich könnte jetzt hier wieder so eine Formel basteln, die jetzt für diesen Fall dann zutrifft. Lasse ich aber jetzt mal außen vor. So, dann 8000 minus 1000. Ihr müsst dem Leser ja nur nachvollziehbar skizzieren, wie ihr auf die Lösung gekommen seid. Wenn das nachvollziehbar ist, spielt die Formel am Ende gar keine Rolle. Ihr müsst eben den Weg zeigen. Ihr könnt nicht einfach eine x-v-lösung notieren und sagen, das ist alles richtig, mag richtig sein, aber wie seid ihr darauf gekommen? So, und dann haben wir hier eben dieses Paket. Wir haben in diesem Fall dann mit n gleich 3, also ein Drittel. Und dann merken wir, wenn wir einfach mal für n gleich 4, 5, 6 setzen, dann haben wir eben die ein Viertel, ein Sechstel, ein Siebentel und ziehen das dann von der 1 dann entsprechend ab. Und dann merkt ihr, verändert sich dann wieder auch das Gebot. Also das Gebot ist in Abhängigkeit der Anzahl der Bieter, natürlich auch der Wertschätzung, die wir jetzt hier gegeben haben. So, dann haben wir hier 1 minus 1 Drittel und das können wir überall hinschreiben. Also einfaches Einsetzen, eben nur mit dem Zusatz der Intervallsgrenze. Und dann hier mal 2000, hier mal 3000 und hier mal 7000. So, dann, das ist jetzt nicht das Endergebnis, es ist ein Zwischenergebnis und zwar Taschenrechner 1 minus 1 Drittel, Klammer zu, multipliziert mit dann 2000. Dann kommen wir hier auf 1333,3 Periode oder ihr rundet auf die zweite oder erste Nachkommastelle, müsst ihr euch entscheiden. Dann das Ganze mit 3000. Sind dann hier 2000 und das Ganze mit 7000. So, dann haben wir hier 4666,6 Periode, beziehungsweise ich habe jetzt hier 666666 und am Ende die 7, wahrscheinlich hat der Taschenrechner hier selbst schon am Ende gerundet. So, und dann eben plus wieder die Intervallsgrenze und dann haben wir auch unser Endergebnis. So, und das hätte man auch sicherlich, wenn man die Formel ein bisschen umgeformt hätte, wie ich es jetzt beispielsweise hier gemacht habe, dann hätte man das auch, ja, wieder hier mit so einem x, mit so einer weiteren Variable, mit so einem weiteren Faktor oder so, so notieren können, dass ich direkt das Ergebnis bekomme. So, das sind dann hier 2000, 3333 Endergebnis. Das ist, das ist mein Gebot. Hier haben wir 3000 als Gebot. Und hier die 5666 Periode ist dann das Gebot. Ja, bei der Höchstpreisauktion oder auch Erstpreisauktion, wird das höchste Gebot erhält erstmal den Zuschlag und das höchste Gebot ist dann auch der Preis. Also 566,6 und, ja, können wir hier nochmal BC hinschreiben, das wäre dann hier auch der Preis, der dann bezahlt wird, den der Bieter C dann entrichten muss für die Kamera. Sehr teure Kamera, aber kann ja auch wieder so ein Einzelstück sein. In der Regel werden solche Auktionen eben genutzt für Einzelstücke, zum Ersteigern von Einzelstücken. Aber, ja, ihr kennt das, wenn ihr Auktionshäuser, Online-Auktionshäuser mal ab und zu nach irgendwelchen Produkten sucht, man erhofft sich ja davon, dass man die Produkte günstiger bekommt, als man den Wert des Gutes des Produktes einschätzt. Das wäre ein Thema für Private und Common Value, aber wir bewegen uns hier in den Aufgaben im Private Value. So, ja, das wäre das Gebot. Gut, damit sind wir hier dann schon durch, das ist dann der Zuschlag. Und jetzt gucken wir uns mal die Zweitpreis-Auktion an. Auch wieder, wir haben drei Bieter. Ich habe ja hier geschrieben, der Auktionator weiß eben nicht Bescheid, welche Auktionsformen gewählt wird. Deshalb habe ich hier auch gesagt, okay, wir gucken uns mal beide hier einfach an. Und dann gucken wir uns mal den Zuschlag hier in der Zweitpreis-Auktion an. Hier ist es so, dass wir die Biet-Funktion hier auch schon haben. Wir haben eine lineare Biet-Funktion und zwar jeder bietet mit seiner eigenen Wertschätzung also B-A, dann in Abhängigkeit zu V-I gleich V-I und dann hätten wir hier eben, ich mache das mal so, B, also nicht B-A, das war schon wieder Käse von mir, wenn ich das allgemein schreibe, muss natürlich B-I auch dahin schreiben. So, A macht nix, machen wir hier, zack, V-I und dann hier eben V-I, zack, zack, zack und dann hätten wir hier eben B-A, B-B und B-C, dann eben V-A. Ich schreibe jetzt mal nicht den konkreten Betrag hin, V-B und hier V-C, sondern schreiben wir direkt hier hinter. Was haben wir hier? Wir haben 3.000, 4.000 und die 8.000. Das hier sind jetzt die Gebote der Bieter. So, und bei der Zweitpreis-Auktion, wenn ich, also bekommt das höchste Gebot, erhält den Zuschlag, das schreibe ich schon mal hier hin, also derjenige, der hier 8.000 geboten hat, erhält den Zuschlag. Aber das höchste Gebot ist nicht der Preis, das ist ganz wichtig. B-C ungleich dem Preis, sondern hier ist der Preis nämlich 4.000 und das ist eben B-B, also das zweithöchste Gebot und das wäre der Preis in der Zweitpreis-Auktion, der entrichtet wird. Und wir sehen, in der Zweitpreis-Auktion würden wir jetzt hier als Auktionator, als Verkäufer eben einen geringeren Ertrag, einen geringeren Preis erzielen für die Kamera. Also besser wäre jetzt hier in der Situation eben die Höchstpreis-Auktion. Nur das Problem des Auktionators, des Verkäufers ist natürlich, dass wir davon ausgehen, dass auch dieser nicht die Wertschätzung der Bieter, der Teilnehmer kennt. Man kennt ja nur seine eigene Wertschätzung. Das ist so eine Annahme, die wir voraussetzen. Dementsprechend, ja, wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich zwar immer im Nachhinein sagen, oh, hätte ich mal so gemacht, dann hätte ich mehr Ertrag oder so erzielt, aber ich wusste es ja nicht, deshalb ist es ja auch nicht schlimm, dass wir es so gemacht haben. So, also Höchstpreis- und Zweitpreis-Auktion bei einer Bieteranzahl von mehr zwei Bietern. Hier drei, ihr könnt das Ganze mit vier, fünf, sechs auch durchspielen. Achtet immer auf solche Kleinigkeiten wie die Intervallsgrenzen. Starten wir bei 0 oder starten wir bei größer 0. Man kann die Intervallsgrenzen auch umtransformieren, was ich hier nicht zeigen werde, weil das sehr komplex ist. Man kann sich eben hier auch das Ganze so rechnerisch, dann kann man auch so die Gebote dann bestimmen. Das soll es gewesen sein. War jetzt auch das letzte Video, letzte Aufgabe in der Auktionstheorie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bye. Bye. Auf Wiedersehen. Everybody. ные